Weniger als die Hälfte der Menschen sind zufrieden mit dem Funktionieren der Demokratie in Deutschland. Im Osten sind es sogar zwei Drittel, die unzufrieden sind. Das Gefährlichste an einer Krise ist, sie zu übersehen. Jede Krise ist ja immer die Möglichkeit, etwas Neues zu entwickeln. Warum sollen wir die Demokratie schützen? Weil sie schützenswert ist und weil es keine besseren Alternativen gibt. Der Weckruf gilt für alle, weil es uns alle angeht, wie es um unsere Demokratie steht. Das war's für heute. Das ist eine Verkaufnahme.